Vereinbarung einer Repräsentantenklause. Vereinbaren Sie, wenn möglich, mit Ihrem Versicherer in Haftpflichtversicherung und auch in der Sachversicherung, wenn dies möglich ist, sollten unbedingt darauf achten, dass es möglich ist, eine Repräsentantenklause. Diese schützt Sie davor, dass falls ein Familienmitglied grob fahrlässig oder gar vorsätzlich einen Schaden herbeiführt, dass dieses Fehlverhalten innervertraglich zu Ihren Lasten ausgelegt wird und damit die Entschädigung auf unter Null oder bis Null fallen kann.